In diesem Video zeigen wir dir unseren ersten Eindruck von der neuen Marke Wolf Porsas aus Polen und ob sie sich zu kaufen lohnt. Starten wir mal mit dem ersten Duft. Ich bin gespannt, du kennst die Parfümsel noch gar nicht so. Also der erste Duft den wir haben ist Wolf. Wolf, okay. Ist das denn so ihr Signature Duft? Genau. Es geht darum, dass es Polnische Tiere aus dem polnischen Wald vertritt. Darum geht es in der Marke. Die haben sechs Düfte am Start. Wir haben die auch alle hier. Ich habe mir zu den einzelnen Düften auch Notizen gemacht. Für mich riecht der Duft original im Auftakt wie eine Roulade mit saurer Gurke. Gemischt mit so einem frischen Minchtouch und dann gemischt mit Nadelwald. Ich hätte mir ja genau so nadelig, so ein bisschen Ingwer-winzig. Ja, ja. Das beschreibt es ganz gut. Später wird der Duft auch so ja leicht wie so ein Saunaduft. Also noch mal ein bisschen holziger, eigentlich wie so ein Saunaaufguss. Ein weiteres Parfüm ist Boa, was übersetzt, wie auch immer, Wildschwein bedeutet. Wildschwein? Wildschwein. Echt? Ja. Und also man muss sagen, die Parfüms sind nichts für schwache Nerven. Dieses Parfüm, das riecht für mich leicht, ganz leicht süß, ein bisschen abfällig, aber auch gleichzeitig wie bei uns am Remstecken. Der Remstecken bei uns ist so ein Tiergehege. Da sind Rehe, da sind Wildschweine und so weiter. Und wenn man vor diesem Wildschweingehege steht, dann riecht der ganz genauso. Also ich habe auch alle Düfte wirklich auf der Haut getestet und muss sagen, sie sind schon ganz schön animalisch und auch ganz schön heftig. Aber ist auch okay. Also mir gefällt der auch. Also erster Eindruck ist super. Ja, wirklich? Du findest den gut für dich? Ich würde den auch tragen, ja tatsächlich. Boah, ne, den könnte ich nicht tragen. Für mich untragbar. Ein weiteres Tier in den polnischen Wäldern ist Dier, also der Hirsch. Hirsch? Hirsch. Und Hirsch ist auch sehr speziell. Hat so eine Anis-Note? Ja, also eigentlich Kaffee tatsächlich. Kaffee? Ja, grüner Kaffee. Also ich glaube irgendwie frische Kaffee, Bohnen. Ja, sehr frisch. Kaffee kommt langsam, ja, tatsächlich. Und gleichzeitig auch sehr viel animalisch. Also sehr, sehr animalischer Duft, der auch im Verlauf extrem zunimmt, meiner Meinung nach. Also man muss bei diesen Düften wirklich damit rechnen, dass die extremst animalisch sind. Und das auch nicht unbedingt jedem zusagt. Ihr solltet die Düfte unbedingt vorher testen, weil die wirklich krass sind. Ich habe mal geguckt, auf der Seite selbst kosten alle Düfte 115 Euro per 50 Milliliter. Ihr könnt aber auch diese ganzen Parfüms in einem Probeset kaufen. Da seid ihr so bei, ich glaube, 21 Euro. 24,90 Euro. So. Ja, ist denke ich die bessere Option. Ja, auf jeden Fall. Weil auch hier, das riecht für mich original wie am Rimmstecken. An dem, ja, Hirschgehege einfach auch. Also wenn ihr mal auf so einem Wild, oder bei so einem Wildgehege wart, wo man die Hirsche so füttern kann, dann, ja, so könnt ihr euch den Duft vorstellen. Der nächste Duft ist Wiesent oder Wiesent. Das ist eine Büffelart. Äh, eine Bisonart, Entschuldigung. Sowas in Polen, ja. Ja, eine Bisonart. In polnischen Wäldern leben die Wiesens anscheinend. Also die Wiesens. Kommt ihr hier einen Duft, eine Duftmarke bekannt vor? Mhm. Also der ist ganz anders wie die anderen bisher. Ja. Der ist sehr frisch. Mhm. 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 Aber mir fällt jetzt nicht an, was drin sein könnte. Tatsächlich Grapefruit. Grapefruit. Im Auftakt, finde ich, riecht man die auch ganz gut. Ja, zittrig, ja. Ja. Und der ist auch leicht, ich finde, der hat so einen grasig-grünen Ton. Also der ist auch ein bisschen grasig. Später, und da ist auch Heu drin, später wird der, riecht der wie getrocknetes Heu. Mhm. Also das ist total total ein interessanter Duft, finde ich. Sehr interessant, ja. Ja. Er sticht auch gerade zu den anderen sehr hervor. Ja. Wenn Ziege euer Lieblingstier ist, dann könnt ihr diesen Duft mal ausprobieren. Und zwar, ja, Ziege. Goat. Also, der ist halt schon, ja. Wow. Der ist echt krass, ne? Der ist richtig in your face. Der ist, also der wird auch noch heftiger. Noch heftiger. Ja. Also der riecht wirklich wie so Zoo. Ja, wie ein Streichelzoo. Wie ein Streichelzoo, ne? Ja. Ist so. Also man hat so eine leichte Süße am Anfang gemischt mit Ziege. Mit Streichelzoo. Der ist krass. Der ist echt übel. Ich muss sagen, ich bin also... Jetzt kann ich verstehen, warum du die ganze Zeit wolltest, dass du ihn abnächst. Aber der ist echt krass. Es ist wirklich krass. Ich bin mit diesem Duft, den hatte ich... Ich teste die Düfte immer vorher durch. Dann habe ich ihn auf dem Teststreifen gehabt. Da habe ich gedacht, okay, ich bin mal mutig. Da der schon auf dem Teststreifen echt hart riecht. Du riechst es ja. Sehr krass, ja. Der ist echt heftig. Habe ich den mir also aufs Bein gesprüht, weil ich dachte, okay, dann ist er nicht ganz so heftig. So. Und dann habe ich eine Hose da drüber gezogen und bin damit einkaufen gegangen. Und ich muss sagen, ich habe im ganzen Auto wegen der Heizung die ganze Zeit diesen Ziegengeruch in der Nase gehabt. Und es war mir furchtbar unangenehm, wirklich damit einkaufen zu gehen. Weil ich dachte, boah, also ganz ehrlich, also nach Stall... Es riecht halt wirklich so Landluft. Ja, also... Also nicht so hart unangenehm. Ich meine, für manche ist es ja auch angenehm. Aber es geht halt übelst in diese Richtung. Ja. Und wenn man das halt gar nicht mag... Ich meine, wir wohnen halt in der Stadt. Wir haben halt diesen Geruch nicht so oft. Na, ich kenne den Geruch definitiv vom Land, weil ich bin auf dem Land groß geworden. Ja, mit dieser Gülle und alles. Aber das hier ist wirklich ein Streichelzoo-Charakter und der war einfach... Also mir war das teilweise ein bisschen unangenehm, je nachdem, welchen Duft ich getragen habe. Kann ich nicht verstehen. Für mich ist der hier auch echt untragbar. Für mich, ich finde, das sind eh so Düfte, da musst du so ein bisschen Bock drauf haben. Also, ja, schwierig. Sehr schwierig. Interessant bei dem Duft ist halt echt, dass da auch Ziegenmilch drin ist. Was? Ziegenmilch, Trüffel und Pilze. Also, deine Lieblingskombi wahrscheinlich. Nicht. Man mag es kaum glauben, aber in den polnischen Wäldern gibt es wohl auch Beeren. Wow. Und, ja, dementsprechend auch hier Bier. Böer. Böer, Bier. Okay, also es ist angenehmer wie die Ziege. Definitiv. Süß. Mhm. So ein Honig-Touch. Ja, Mann. Voll gut, dass du das rausriechst, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, hm, der riecht so ein bisschen schokoladig und so weiter. Und dann habe ich aber nach den Noten geguckt und tatsächlich ist der, ja, mit Honig. Ja, cool. Also, ja, gut, dass du das gesehen hast. Ja, und im Verlauf mischen sich hier auch so waldige Noten, finde ich, mit rein. Manchmal hat er so einen leichten, aber nicht ganz, also wirklich dieses Honig gemischt mit so einem, ja, Encre Noir-Touch, aber nur ganz am Rande, ne, so ein Wald-Touch eben auch. Ja, 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 verstehe, was du meinst, ja. Riechst du das auch? Mhm. Also, das war, also, der Duft, der hat auch wirklich, finde ich, eine sehr krasse Haltbarkeit und auch eine echt starke Siage, also der ist schon nicht schlecht. Die anderen sind immer so, ja, im guten bis mittleren Bereich, was alles andere anbelangt. Ja, aber ist okay. Also, kann man mal testen. Der hier, finde ich, von den Ganzen, der ist auch noch, ich sag mal, am gefälligsten, muss ich wirklich sagen. Für meine Nase finde ich den noch am gefälligsten nicht. Also, ich finde den, den Wiesel, Wiesent, ja, und den Wolf, finde ich, so drei, wo ich sagen würde. Ja, die hätte ich tatsächlich auch ausgewählt, also auf meiner Top-Liste, wenn man das so sagen kann, wäre auch zuerst der Bier, also der Bär, dann hätte ich den Bison, das Bison, also den Wiesent ausgewählt und im Anschluss auch den Wolf, wobei ich beim Wolf sagen muss, den rieche ich nicht so dolle. Also, der ist für mich relativ schnell, du riechst den hier vielleicht noch drauf, ich habe den mir heute Morgen nämlich schon aufgesprüht. Ja, leicht. Er ist sehr schnell, sehr körpernah. Ja, das ist da ein bisschen schwierig, also den, ja, es ist jetzt kein Duft für mich, der heraussticht. Die anderen beiden würde ich auch tragen, also den Boa und den Deer, aber muss, ist kein Muss. Also, ich finde die auf jeden Fall auch okay. Okay. Also, mal so zum Testen für mich. Ja. Aber den, den Goat? Also, den, den Deer, den habe ich auch getragen mal und der, das war der Duft, den ich mir abwaschen musste. Okay. Der ging gar nicht, also der hat auch so eine. Also, der zuerst Eindruck war okay. Ja, ja, der hat aber auch so eine krasse Animalik. Die kommen manchmal hinten rum, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch bei der, der Ziege, habe ich gesehen, gewollt, das steht auch in der Homepage drin, dass die überraschen soll, ne? So, und dann denkst du auch, die ist ja süß. Und dann kommt so eine aggressive Animalik von der Seite und man denkt sich, uh, okay, krass. Also, ja, trifft auf jeden Fall zu. Die Homepage kann ich euch empfehlen. Die ist wirklich super schön aufbereitet. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr euch für diese Düfte interessiert. Jetzt aber zu der Frage, wann käme das für euch in Frage. Also, was, was solltet ihr bedenken bei den Düften? Ihr müsst auf jeden Fall animalische Noten mögen. Definitiv, würde ich sagen. Außerdem, ja, außergewöhnliche Düfte. Also, das hier sind definitiv Parfüms, die du so nicht riechst. Wenn ich jetzt überlege, die, die neueren Zoologist-Düfte, die sind ja vielleicht auch ein bisschen umgänglicher, die hier, die sind schon nochmal ein bisschen dirtier. Ja, es sind auf jeden Fall sehr auffällige Düfte und das sind auch Parfüms, die brauchen echt Zeit. Also, du musst dich mit denen irgendwie beschäftigen. Du kannst dir nicht einfach mal eben so im Vorbeigehen, das sind keine No-Brainer. Du bist da wirklich beschäftigt mit dem Duft und du fällst halt auch auf. Das sollte dir bewusst sein und wenn du auf so Parfüms stehst, dann kannst du dir die Marke unbedingt mal angucken, weil die auch noch so komplett unterm Radar läuft. Hast du schon Erfahrung mit dem Wolf-Brother-Parfüms gemacht? Schreibe uns das mal unbedingt in die Kommentare. Ich komme immer noch nicht über die Ziegeln weg, aber wenn du noch sehen willst, wie ich reagiere auf Steffis Favoriten von Montal, dann schau unbedingt in dieses Video rein. Bis gleich.